wiedersehen macht freude folge dogmeat wir kommen ja gar nicht mehr so einfach raus aus der quest wir kommen ja gar nicht so einfach aus der quest wieder raus wir müssen jetzt einfach mal rennen würde ich sagen und dogmeat ist ordentlich flott holy shit ich bin gespannt wo uns jetzt hinfällt wenn einer zigarre geschnüffelt hat kann man nicht vorstellen dass die gar die richtiger der richtige geruch ist um irgendwie jemanden zu tracken aber vielleicht vertue ich mich da auch krass ich hätte jetzt eher damit gerechnet dass man das mit anderen sachen macht die so mehr persönlich sind also mehr so klamotten oder sowas und nicht und die gar die ja selber schon sehr kräftigen geruch hat hätte ich jetzt gesagt na dann dogmeat auf geht's wir suchen jemanden wir speichern mal woher dinge passieren brauchen hilfe kann gerade nicht mein hund hat eine spur aufgenommen kann gerade nicht mein hund eine spur aufgenommen kommt später wieder suche nach hinweisen zu kellogg öhm op san francisco sunlights kelloggs lieblingssorte bingo gut junge schnappen wir uns den kerl das war's schon das war der ganze hintersehnliche sinn finden sollte ok jetzt laufen wir wohl weiter i guess ok irgendwie sein sein angelspot jetzt geht's weiter ich bin mal gespannt machen wir heute richtig krassen story progress bog ist nicht getroffen wir müssen fleisch mitnehmen oder irgendwann wieder wieder haben machen können für heilung heilung klares material nicht ganz rausgefunden für sich nukleares material brauche gerade ich hoffe du hast einen schönen feiertag hoffe du genießt das und hast vor allem frei das glaube ich das wichtigste weil hier waren wir schon mal ich glaube ich nicht über die brücke gegangen war das letzte mal oder machen wir jetzt auch nicht wurde ich ein bisschen getrickst man kann vorlaut neu an in survival mode in zwei du musst mich aber auch schon durch lassen wenn ich hier was erkunden und du machst mich fertig hast du die vierte verloren mein junge verarsch mich doch 44 patrone noch jemand tot ich vermute ich muss da drin irgendwas finden schau genau hin also moment da ist wahrscheinlich wieder irgendwo blutiges verbandszeug eine gute fährte für dogmeat das war gemeint wir müssen zusammenbleiben kumpel wenigstens bis wir kellogg finden gut junge schnapp uns den kerl zonk gibt es hier die pilze das doch miet geht weiter auf der auf zur spur weiter durch hinter leuchtet einfach blau ok na gut bin da doch mit let's go drüben durch ist aber auch rot staub schau genau hin warum den stopp ich konnte ja eh nicht weiter konnte aber dann haben sie den hund sogar absichtlich da rein gemacht damit ich werde die waffe wechseln müssen die vier sind heftig die kriege mit meinem jagdgewehr nicht platt im so viel hp notsignal gefunden war ich auch schon mal immer schon lange stört relativ sicher oder ist es nur zufällig gleich ich glaube da waren wir schon mal ja die schämke ist nämlich leer da haben wir schon gelootet hatte ich doch richtig im blick dass das eine bekannte stelle ist habe ich jetzt ist die story gebackt weil ich hier kurzen abstecher reingemacht habe wo ist das will ich haben gut ich natürlich jetzt quatschigerweise runter gesprungen bin ich irgendwie wieder sinnvoll hoch in der brücke hier drin so ein bisschen aufgabe soll du noch hinwesen zu keller eine attrape was sehr schlau lagefeuer darf nicht aktivieren das war es wohl schon der hinweis den wir finden mussten wir noch was futtern leugansuppe hier ist so schwer die die nehmen wir mal wird mal weg gefuttert wie gesagt ich will eigentlich nicht rennen damit ich sowas machen kann oder noch mehr zonk legendärer wilder ghoul pirscher auch danke ich glaube ich war sie gerade gerettet zonk Schlagen, plus ein Bewegkern, Wahrnehmung, Sündrüstung, linkes Bein. Das ist glaube ich echt gut. Alter, wie der Dogmeat einfach die Hände und Arme abbreitet. Was geht denn hier ab? Ich gucke, muss wieder Sachen wechseln. Oh. Genau, rennen einfach durchs Feuer. Das hört sich legit an. Ist da mal ein Sturmfeuerzeug drin. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Ähm. Das war es ja wohl nicht, oder? Wir gehen mal einfach weiter und gucken, was passiert. Oder wolltest du mir jetzt sagen, dass dort die... ...die Ecke ist? Ist jetzt verbuggt. So ein bisschen was Problem bei dem Spiel. Man weiß nie, ob es ein Bug ist oder ob der wirklich da sein soll, wo er jetzt ist. Er sitzt da einfach. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Ich bin mir nicht sicher, ob wie das jetzt hier ist oder nicht ist. Er sitzt da halt einfach. Warum ist hier eigentlich so viel Red? Und das Ding ist das da, oder was? Ich höre schon wieder Shit. Level Up. Dann machen wir nochmal Level Up. Level Up. Können wir hier unten jetzt eigentlich noch... Das nicht? Das nicht? Ich... Fraktionspunkte voll... Ach, Fraktionspunkte schnell wieder her, wenn das kommt. Kann zwei kritische Treffer halten. Ja. Hätte ich gerne. Um Doppel-Krits auszuteilen. Bug... Bugoflasche? Basketball? Sonst ist hier nichts drin. Okay, und mein Hund bewegt sich nicht mehr. Kralle, kannst du mir da nochmal einen Hinweis geben, ob das richtig ist oder nicht? Also... Nur so ein... Ist richtig oder ist nicht? Hast du so... Ja, nein. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt Quatsch passiert oder nicht. Kamera... Das ist halt wirklich einfach einen Reaktor, der hier... Der sich hier zerlegt hat. Der nächste Hinweis kommt später. Also hier wäre er nicht richtig, aber der hat sich einfach hingesetzt und chillt. Okay, wir probieren mal was. Speichern mal. Und wir laden. Vielleicht triggert das ja schon irgendwelche Dinge. Ne, leider nicht. Möp. Ich gucke mir die ganze Zeit hier red shit von dem... Bin ich gar nicht so der Fan von... Ist hier irgendwo ein Haus, wo ich reingehen kann und wieder rauskommen? Oh, hier gibt es tatsächlich... Jetzt hier Essen gegeben. Registerkassen, hier waren wir also schon mal. Ja, geil. Wieder blind gewesen. Das hilft mir mein Glück leider gar nicht. Ich... Kröterkeule, wie der ist. Waschenbecher. Teddybär. Winsterpüree. Hm. Die Ghoule haben den irgendwie gebackt. Mein Hund. Ist die Frage, kann ich den überhaupt resetten? Ist das irgendein Feuer? Hallo. Hallo. Alarm. Kritische... So nach Hinweisen zu Kellock. ...Kannter Seidner. Anwendung extre... Angreifer. Was haben wir denn hier? Fehler. Ja, ich glaube ich habe es zufällig gefunden. Fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Noch ein Zigarrenstummel. Ich habe es durch Zufall gefunden. Ja. Hat geholfen, dass es nachts ist. Geil. Nice, nice, nice. Jetzt ist auch unser Hundi wieder da. Speichern wir das mal kurz. Das ist ja perfekt. Ähm. Ka-ching. Und wieder Aktionspunkte voll. Geil. Meierlurks. 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 Macht einen Unterschied? Dogmeat hat überhaupt nicht darauf reagiert, ne? Gehen wir denn jetzt hier hin? Vielleicht hätte ich nicht mit ihm reden dürfen mit Dogmeat. Was hat denn das gebackt? Alter. Laufen aber auch im Weg? Der ist ja super speziell. Nebel. Bisschen zumindest. Bisschen Mini-Nebel. Nein, auch gut ist das mitten in der Nacht machen. Richtig smart. Da hinten leuchtet wieder was. Links von uns. Biegen wir jetzt nach links ab? Oder laufen wir hier geradeaus weiter? Okay, hier ist wieder... Was meinst du Junge? War das unser Mann? Hinweise untersuchen. Dogmeat? Ah ja. Ich dachte er hat sie gerade kurz vertan. Ein bisschen zwischendurch speichern, weil ich weiß nicht was die nächste... Nächste Interaction ist nicht, dass wir dann richtig ins Gesicht kriegen. Notrufsignal. Wir haben noch jede Menge Notrufsignal, die wir irgendwann nochmal machen können. Huh. Ah, Stift. Nehmen wir die Stifte mit. Kronkurken, Kronkurken. Immer schön mitnehmen alles. Sieht ja auch ein bisschen aus wie eine Betty's Wade. Waren wir hier schon mal? Da waren wir schon mal, glaube ich, drin, oder? Oder auch nicht. Vor Tagen haben wir schon mal gecleared. Denn... Vor Tagen habe ich schon komplett gecleared. mir hat das gefunden das sind gefunden und was kann ich mit dem mondaffen zeug eigentlich machen ich muss nach fort hagen rein na gut dann machen wir vor tagen noch mal vor tagen haben relativ am anfang schon mal gemacht da war ein haufen sinds drin jetzt gibt es hier aber automatische geschütztürme die gab es letztes mal nicht ich mir relativ sicher dass dies letzte mal nicht gab ich glaube ich habe doch mit geredet wer ist auch hier guten tag glaube ich glaube es erfolgt also ich glaube alles in ordnung ich habe mit ihm geredet von wegen ist da drin und sowas und dann kam auch eigentlich hätten wir nicht mich so anschleichen kann nicht irgendwie eingang hier war doch irgendwo einer also sie haben ein bisschen aufgerüstet nämlich das mal hier war das habe ich schon mal festhalten also schießt jetzt gleich um mich nicht wahr wenn ich jetzt da davor sneaker mir relativ sicher dass es einen von den sachen eingangs ich bin echt ein bisschen verwirrt gerade wo war denn der blöde eingang eigentlich einfach irgendwie unten an der seite ach doch mit ja ich bin ja auch schon mal raus gekommen auf jeden fall hallo aua 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 83% haben wir ja richtig gut getroffen so laden wir unsere kritzen ein bisschen auf aua da ist das spiel abgestürzt einfach weg bin jetzt auf gleich einfach raus cool 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 hat sich einfach verabschiedet gut dann müssen wir noch ein bisschen nochmal machen gut dass wir mal schnell gespeichert haben zwischendurch dann müssen wir da ein bisschen nochmal machen hmmm hmmm Level 17 was ist eigentlich so ein hohes level in dem spiel gibt es ein level cap? wo man maximal hinkommt wo man maximal hinkommt oder wie sieht das aus stift nehmen wir mit dann gab es hier links noch zwei stellen das war mal das war mal trash das gibt kein level cap das ist aber irgendwann extrem viel xp das kostet oder was wait kein level cap heißt ich kann einfach alles skillen irgendwann da sind wir hier richtig? ist er da drin mein Junge? so abgeschlossen sie nach dogmeat finde einen weg hinein nach vortagen dann wollen wir noch hier drüben weil dogmeat uns angeschlagen hatte das hier was war ich glaub der bär ist es nicht sondern es ist das hier was wir mitnehmen was wir mitnehmen völker waren sie sind mit tragen signal gefunden Naja gut die ganze Sache betroffen die ganze Sache Nice. Wollte ich mir eher dran denken, meine Crits aufzuladen. So muss ich aber irgendwie anders positionieren, damit ich die Crits gut aufladen kann. Machen wir mal den Shit mal mit. Hier kann ich reinspringen, oder? Ah ne, es ist nicht drin. Aber es war doch nicht auch ein Eingang? Ne, ist nur Müll. Okay. Uh! Der mysteriöse Unbekannte, das hilft uns. Und nimmt den... ...den Geschützturm aus. Nice. Oh oh. Da war was. Die Schwestern gerät. Zum Glück sind die Geschütztzüme ziemlich ungenau. Ha! Geschützzüme können aber nicht in einen Haufen Blut explodieren, vermute ich mal, oder? So, jetzt haben wir hier alles platt gemacht an Türmchen. Ich nehme noch den Shit mit, ich war der Meinung, es war so eine Fall-Luke, die man irgendwie aufmachen konnte, ich sehe sie nur gerade, ach doch, hier, das da ist es, ah ja, genau, das meinte ich. Genau, das meine ich, hier ging es rein. Jetzt sind wir zumindest rausgekommen das letzte Mal. Und hier waren tonnenweise Synths drin, wenn ihr auf jeden Fall schon... Genau. Genau, wir haben es glaube ich schon... Genau, alles gelootet hier, ziemlich. Synths drin, ziemlich. Sensor meldet, feindliche Präsenz. Perfekt! Und ein Crit! Katsink! Dann haben wir schon mal einen weniger. Und dann direkt wieder die AP voll. Zack! Zack! Sehr geil! Okay! Okay! Meine Hund ist wieder down. Okay! Okay! Mein Dogmeat ist wieder down. Mein Dogmeat ist wieder down. Mein Dogmeat ist wieder down. Stimpacken! Stimpacken! Die ganzen komischen Institutspistolen brauchen wir glaube ich nicht. Oh Gott! Wer hat die denn da aufgestellt? Die Scheiße! Oh Gott! Wer hat die denn da aufgestellt? Die Scheiße! Nicht von der Seite! Initialiere! Direktive! Sigma! Omikron! Kellogg beschützen! Ne! Hier ist noch einer auf meiner Ebene. Jetzt bin ich irgendwie unten reingekommen. Kellogg's sichere Anlage infiltriert. Terminierung erforderlich. Hallo? Wer ist das? Und wo denn? Der Weisende von Kellogg... Alter! Cred it! Zonk! Das ist schon irgendwie... Äh. Befriedigend. Unschuldigung! Das wird nicht vorbei. Ich muss diesen Anruf zurückziehen. Kellogg. Warte. Hat unverzüglich Kellogg gemeldet? Warte ein Sekund. Rittet! Wir müssen mal kurz was futtern. Oder besser gesagt, wir Stimpacken einfach mal rein. Haben wir es dann? Irgendwo ist hier noch einer. Einen haben wir noch auf unseren. Deswegen, das war auf unserer Ebene vorhin. Institutspistolen muss man nicht nehmen. Wir können aber hier noch ein bisschen looten, glaube ich jetzt. Da gab es Schrot-Munition. Oh, da ist noch mehr Gegner. Ne, Streibung nicht mitnehmen. Wir wurden auf jeden Fall ordentlich aufgerüstet, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Das können wir mal festhalten. Das ist wirklich... Also ja, da war das. Ne, das ist auch nicht mehr. Oh, da ist aber die Deathclaw hier ganz am Ende. Ich erinnere mich. Oh no. Oh no. Aber kann ich oben jetzt noch ein bisschen... Sehe ich jetzt erst nicht mehr im Kampf? Dann würde ich hier nämlich noch mal kurz grillen wollen. Jawohl. Wir können ja Nudelschale herstellen. Geil. Kränk. Braten. Wir verbrauchen aber mehrere Sachen. Von daher sollte das sogar... Holz dabei. Mutantenhundekäule. Mutantenhundekäule. Das hört sich bestimmt gut an. Zigarrenkiste entfernt. Hier haben einiges an Essen hergestellt jedenfalls. So, wir müssen ganz nach unten durch. Du 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 du. Dann gehen wir halt mal ganz nach unten durch. Ne, aber das ist die Stelle die ich letztes Mal durch das Eingang genommen habe. Genau, hier liegen nämlich noch meine Raidershit-Rüstung. Hier bin ich letztes Mal reingekommen. Zugekettet. Ne, wieder da. Da wahrscheinlich. Ok, da ist zugekettet. Wie kommen wir sonst nach unten? Zugekettet heißt ich kann es nicht öffnen, ne? Von der anderen Seite festgekettet. Superkleber sollten wir übrigens mitnehmen. Einfach nur für den Wert auch, dass wenn wir das nicht benutzen, also mit Craftingsachen und so. Irgendwie muss es hier noch andere Wege geben. Da ist Aldi wohl, hier komme ich nicht durch. Hier komme ich aber durch. Hier habe ich sogar noch Sachen liegen lassen, weil die mir zu schwer waren für das, was sie wert sind. Genau. Ich bin mal theoretisch wieder ein bisschen versuchen zu schleichen. Sollte man auch das Licht ausmachen. Oh, die bin ich noch wieder im Kreis gelaufen. Ähm. Ha. Wo muss ich denn jetzt hier nach unten? Und vor allem, wie komme ich denn? Also ja, ich kann da nach unten gehen, aber... Das hier ist... Ja doch, das ist die andere Seite, die ich kenne. Oh. Haha. Wie wär's denn das? Wär viel zu einfach, wa? Komm rein, mein Hundi. Nachfreudel. Das sieht gut aus. Speichern nochmal. Perf. Stock. Direkt andere Musik. Holyfuck. Bist du da jemand noch? ich habe schon entdeckt dieser bahn ich habe das so 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 Okay. Ist erstmal nicht direkt jemand. Jetzt eine Rüstungswerkbank. Kronenkurken, Sturmfeuerzeug. Ich will das daneben. Die Cham Kühlbox würde ich haben. Wir müssen immer alles mit. Hinter uns... Da hab ich ein bisschen... Da hab ich ein bisschen Angst. Nicht ehrlich. Wenn es hinter uns... ...mööööööp macht. Genau deswegen. Das ist schon ne fiese Stelle. Zonk! 45er ist natürlich wieder geil, ist alles so eng, da brauchen wir eigentlich schon unsere ganz gute Kampfschrotflinte hier, die wir haben. Der kennt mich, die Sau, bestimmt noch irgendwo was hier, automatisches Speicheln finde ich gut, wir machen noch einen schnellen Speicheln hinterher. Man weiß ja nie. Wir hätten gleich die Falle entschärfen sollen vorher. Die da war. Impulsgranaten. 5 Kilometer, Kochplatten, Munitionskiste. Oh, hinter uns hat es wieder Död gemacht. Das hört sich nicht gut an. Okay, da ist zumindest gar nix. Kronenkurken, Mais, Kronenkurken, Patronen. Das ist ein Kroskop. Hey. Die Ziganke ist nochmal grad auseinandergenommen. Bennehmen wir die nochmal mit jetzt wieder. Ich kann mich aber verstecken. Aha, du wirst mich niemals finden, du Sau. Oh oh. Total versteckt. Und völlig unauffällig. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Corona. Verzieh dich. Kommandantenzentral, da war ich nicht drin tatsächlich, das letzte Mal. Ich habe einfach den Aufzug, glaube ich, übersehen. Wenn der das letzte... Oder der ging das letzte Mal vielleicht noch nicht. Das könnte ich dem Spiel so zutrauen, so auf den Wegen. Komm in andermal wieder. Schaltplatte Militärstandard. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Nee. Geht so. Bewege entdeckt? Seltsam. Krieg kein... Keine Doppelhits mehr. Also keine... Kein Doppeldamage. Auf den Entferner ist immer gut aufgestellt. Europel. Wir treffen uns aber auch nicht gut. Wir treffen uns aber auch nicht so gut. Die guten Synes. Aha! Einen Trigger. Ich höre immer methylöp. Es gefällt mir nicht, dass ich내 höre mömöp. Härte mir nicht, dass ich mööp höre. Möp bedeutet für mich immer Gefahr. Fusionszellen Wir müssen mal Fusionszellen verkaufen Da komme ich auch nicht rein Hier ist ein Exit Schachtel Zigaretten Sturmfeuerzeug Warum nicht? Gut, du bist angepisst, verstanden Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen Ich hoffe schon Was er was bringen wird Fondgurken, Gamma Patron, Fusionszellen Sauberer schwarzer Anzug und Mechanikeranzug Int und Wahrnehmung Nehmen wir einen sauberen schwarzen Anzug mit Weil wir jetzt noch mehr finden Einfach nur weil es cool aussieht Das sind die Kapitänsmütze Ausdauer 2 Alles klar Gefängnislumpen Glück 1 Den Code kann ich nicht knacken Den Code kann ich nicht knacken Hier als Vereinsteiger, das können wir gleich noch machen Zahnbürste, Stift Nein, meine Haarklammer Die brauche ich doch noch Wie soll ich denn sonst mein Gesicht freihalten Von Haaren Nehmen wir mal alles Haarklammern Kamera Kamera Die Kamera brauchen wir nicht Ich muss mal kurz noch eine Pause machen Der Typ weiß sowieso die ganze Zeit wo wir sind So an dem Grund haben wir eine Zigarrenkiste drin Hallo Oh Aua Wir brauchen Essen Gibt mir Essen Gibt mir Essen Da hat mir ein Hund aber krass tief geknurrt Und noch mehr an die Ecke Aha Kritischer Fehler Genau So Haben wir die ganzen Sachen platt gemacht Ach das ist einfach das Klo Lull Logo Ich muss ja auch Klos geben Blast Radius Brettspiel Wie geil ist das denn Das ist ein Blast Radius Brettspiel Braxe Putzmittel Duschen Warum ist Bier in der Dusche Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Frage für einen Freund Warum ist Bier in der Dusche Oh da gibt es noch wieder eine Ein Fusionskern Braucht doch keiner Braucht ja bestimmt niemand Ein laufender Funktionskern Provisorische Batterien Ne Die habe ich letztes Mal schon Ehen herumgeschleppt Und dann nicht benutzt Auch wenn die einen Haufen Teile mitbringt Aber ich crafte halt einfach zu wenig Weil ich nicht intelligent genug bin Um gut zu craften Aber wir könnten vielleicht mal Zumindest die Anbauteile Stufe 1 Für Waffen Vorschalten Ganz dumm sind wir ja dann doch nicht Wir haben ja 3 Intelligenz Ich habe ja den Eingang verpasst Ne Nicht Krankenzimmer sind wir jetzt okay Besichtlicherweise Daytripper Was ist immer Daytripper Das scheint neue Neue Sachen zu geben Reddix Reddway Geil Beides sehr nützliche Drogen Was ist das hier Ah da kommen wir zu dem Luca Cola Typen hier unten Passwort zur Waffenkammer Von Fort Hagen Ah ja Nehme ich mir doch mal mit Das könnte Praktisch sein Hm Ich bin mir nicht ganz sicher Ob ich jetzt Ob ich jetzt will Dass ich hier oben lang gehe Oder dass ich unten lang gehe Was Braminschädel ohne What Why Und warum ist ein Beertreieck aus Holz Hä Bei uns sind die mal aus Plastik Sind die bei euch aus Holz Leute Noch nie eins aus Holz gesehen Oh Ausgezeichnet Wer ist 500 kritische Schaden Energiewaffen Oh Friedliche Lösung erreicht man Durch überlegene Feuerkraft Mehr Krit-Schaden Mit Energiewaffen Hallo Sensor meldet feindliche Präsenz Äh Wo kommt ihr da hinten her Bitte zeigen sie sich Sprengstoffkiste Erstmal knacken 99 plus H-Klammern Geil Ich glaube wir haben genug H-Klammern langsam Geschafft Seltsam Du offenbar eine Fehlfunktion Meiner seit Bewegung entdeckt Seltsam Ist da jemand anwesend? War sogar ein Hit An beiden Hit Bei 34% Woddy fuck Oh Hallo Was gemein Oh oh Nachladen Hab dich getroffen Mein armer Hund Du Sau Mein armer Hund Wird komplett verprügelt Von diesem scheiß Zünd Ey So Ah fieser Möp Hat durch die Hinde Ecke nicht irgendwo einer schossen? Hier Gut dann gehen wir jetzt hier runter Da ist die wahrscheinlich hergekommen Wir sollten was essen Du warst mumm und bist entschlossen Das bewundere ich Aber du kannst dir gar nicht vorstellen Wie sehr du dich hier übernimmst Ich hoffe nicht Ich hoffe ich kriege das irgendwie hin Ich hoffe ich kriege das irgendwie hin Ein bisschen paranoid gerade Wenn du speichern Noch ist es nicht zu spät Hör auf Und geh Du hast diese Option Das können nicht viele von sich behaupten Danke dass neben mir stand Das hat echt viel gebracht Ist das die Waffenkammer? Passwort zur Waffenkammer von Furt Hagen Benutzen Ach man Wofi Kannst du mal bei mir bleiben? So Tür geöffnet Neues Schlosserhammer Ecke Ich muss hier alles entsperren Au Ja klar Knackt Das wäre es Das wäre es Thronkurken Nehm alles mit Reddicks H-Klammerboxen H-Klammerboxen Stimpex Aber muss das ja halt auch noch knacken War Ganz nach rechts? Ne Ja ungefähr Zwischen Dazwischen Geschafft H-Klammerboxen 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 Hallo Okay Ist ja wieder der Ausgang Hier wieder Sind wir hier lang gekommen? Bin ich gerade doof Und renne den Weg zurück Den ich gerade reingekommen bin Ja Nice Gut gemacht Ben Gut gemacht Das war ja richtig smart So Da wollen wir hin Und gucken US-Handbuch für verdeckte Einsätze Ja Ist dauerhaft ein Schleichen schwieriger zu entdecken Nice Wo ich gerade die ganze Zeit am Schleichen bin Geilo Und ein Klo Noch mehr H-Klammern Erste-Hilfe-Kasten entsperren Jetzt brechen sie aber auch wie so Cool Knacker 50 Schlösser Achievement Geilo Wir sammeln wieder Achievements Schachtel Zigaretten auf dem Klo Natürlich Wie das halt damals so war Ne 2200 Da war man halt mit den Zigaretten auf dem Klo Oh Der ist einfach runtergefallen Der ist gar nicht kaputt gegangen Der ist einfach nur runtergefallen Ich bin irritiert Daytripper Glück, Charisma und Stärke runter Das hört sich nach Was an, was ich nicht machen will Das hört sich nach Was an, was ich In Sicherheit nicht machen will Oh Kriegsgeld Ach so Hier sind also die guten Sachen dahinter Hallo 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 Plasma Kartusche Kaliber 50 Munition Yo Inspektoren Outfit Ausdauerwahrnehmung Ätherisches Klebeband Ofenhandschuhe Ah Klammerbox Hab ich fast übersehen Speichern Dann weiß ich nie was denn so Geil, Dogmeat Danke Danke dafür, dass du selber aufmachst Aufbereitetes Wasser Moment, ne Ich will keine Ordner mitnehmen Halt, 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 halt Das ist unser Schrott mit O Nee Diverses Ordner Ich hab doch grad einen Ordner mitgenommen Anscheinend nicht Spiel sagt nein Dann haben wir es wohl nicht mitgenommen Diverses aber Ordner wiegen nichts Hallihallo Oh Lee Ah, da Stimmt Ordner wiegen nichts Aber sie geben auch nichts, oder? Also Wobei, vielleicht kann man das noch irgendjemandem geben Keine Ahnung Bei Spielen hab ich irgendwie immer den Verdacht Dass es wenig wirklich nutzlose Gegenstände gibt Aber auf der anderen Seite ist das Ich mein, das ist ein fucking Ordner aus einem Random Vault Der keinen Genre Namen hat und nix Ja Ich werf ihn weg Es ergibt keinen Sinn Rollenspieltejudi mitzunehmen Gut Du hast es geschafft Du findest mich gerade aus Meine Synths tun dir nichts Reden wir Das hört sich ja total vertrauenswürdig an Nachdem ich mich gerade durch hunderte Synths geballert hab Richtig, richtig vertrauenswürdig Ja, ja Hast du irgendwelche Fallen oder so Die mir dann für was tun Wait, wir sind doch hier oben lang gegangen Und da war er hier? Das ist ja weird Reden Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel Nur, dass meine Bühne größer ist Sean ist ein guter Junge Ein wenig älter als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut Nur, er ist nicht hier Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen Sagt mir, wo er ist, verdammt nochmal Okay Das hast du dir wohl verdient Sean ist in einem guten Ort An dem er sicher ist Und geliebt wird In der Kompose Im Institut Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut Okay, aber dann Müssten sie mich ja bald gefunden haben So viele, wie ein Sön sich umgebracht hat Man macht den Schrank auf Und es ist nur ein Schrank Man findet nie das Monster darin Bis es einen eines Tages anspringt Uh, Weisheit von einem Söldner, ja Wir beide wissen, wie das hier enden muss Meine Sünfs tun dir nix am Arsch In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe Komme ich hoffentlich in die Hölle Damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann Du Stück Scheiße In 100 Jahren Wenn ich dann endlich sterbe Komme ich hoffentlich in die Hölle Der hält ganz schön viel aus, der gute Mann Und das war halt unsichtbar geworden Die Sau Hier Füllt den Aktionspunkte beim kritischen Treffer wieder So viel Technologie Du warst ja kaum noch ein Mensch